Aber Gott sei Dank, es hat ja noch geklappt. Ich habe das alles gar nicht so schnell mitgekriegt. Plötzlich warst du weg und ich dachte schon, jetzt ist alles aus. Das war wirklich Rettung in letzter Not. Ah, der Hinton hat gerade Fielding abgeführt. Ich möchte mit ihm sprechen. Das ist gut. Inspektor Henderson, seine Hoheit möchte mit Mr. Fielding sprechen. Webb, da wollen Sie. Bringen Sie den Mann nochmal zurück. So, Hoheit, da kommt Ihr Freund Fielding. Wenn oberst Geraldine nicht so schnell gehandelt hätte, dann hätte er Ihnen wahrscheinlich inzwischen ein nettes kleines Loch in den Kopf geschossen. Mr. Goddell, ich schwöre Ihnen, bei Gott, ich hätte von Hunters Waffe keinen Gebrauch gemacht. Ist ja gut, Mr. Fielding, ich glaube Ihnen ja. Es geht jetzt um Wichtigeres. Mr. Fielding, ich darf Ihnen zunächst eine Erklärung abgeben. Der Mann, der vor Ihnen steht, heißt nicht Mr. Goddell, sondern es ist seine Hoheit, Prinz Florissel von Böhm. Prinz Florissel? Aber Geraldine, wir wollen uns doch jetzt nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Und? Ich wusste nicht, dass die Wahrheit nebensächlich ist. Mr. Fielding, ich nehme an, dass Sie keine Ahnung hatten, dass Hunter ein gefährlicher Gewohnheitsverbrecher ist, der seit Jahren von Scotland Yard gesucht wird. Also, ich nehme an, dass Sie nicht mit Nebensachsenen sind.